So also, sag ich, sieht eine Spielothek von innen aus. Das klingt jetzt erstmal erzieherisch bedenklich, aber man hat ihm in der Schule erzählt, wir müssten unser ganzes Geld Griechenland geben. Und da dachte ich mir, zeig's ihm mal, wo wirklich 24 Stunden am Tag Moneten vernichtet werden. Ihr Kind, sag ich, freuen sich Erwachsene darüber, wenn sie Geld in eine Kiste werfen dürfen, die blinkt. Krass, erwidert er. Warum kaufen die sich nicht einfach einen Gameboy? Aus dem gleichen Grund, aus dem Schimpansen sich eine Banane mit Schale reinkloppen, Sohn, weil sie's können.